Und gleich noch so ab Platz 5 oder 6. War eigentlich unser Lieblingsspiel, aber anscheinend ist es wirklich zu mutiert bei dir zu den Spielen, die du magst oder nicht magst. Ein bisschen, ja. Ich habe jetzt auf Platz 8 ein Spiel. Was habe ich da für ein Spiel? Ein Spiel, wovon es zwei Teile gibt, weil ich den zweiten nicht aufgelistet habe, weil der nicht mehr so interessant ist. Es ist ein gutes Spiel gewesen, der zweite Teil, aber nicht mehr so interessant wie der erste. Der würde gar nicht in den Top 10 reinpassen, der würde irgendwo in den Top 30 landen. Aber der erste Teil hat Platz 8 berechtigt, und zwar Knights of the Old Republic. Oh. Kennt jeder. Das ist Star Wars natürlich und davon gibt es ja bald ein MMORPG. Was ist daran gut? Es ist eigentlich quasi das gleiche wie Gothic 2 in Star Wars Welt und deswegen gefällt es mir auch, weil einfach die Atmosphäre stimmt und die Story stimmt. Star Wars technisch sage ich mal, einiges mitnehmen. Das Geniale halt darin ist, dass es nicht ein Episodenspiel ist, das heißt, zu einer Episode irgendwie gehören, sondern davor sogar, spielt mit ganz anderen Helden und das finde ich eine ganz interessante Idee. Zudem finde ich auch den Übergang am Ende, weil dadurch wird man, also man weiß dann, wie so, wie das zustande kam mit Episode 1 überhaupt und dann hat man so die Vorgeschichte von der, man kann sagen, die Vorgeschichte zu der Vorgeschichte, weil Episode 1 bis 3 ist ja die Vorgeschichte zu 5 bis 6, äh, 4 bis 6 und das ist sozusagen die Vorgeschichte von der Vorgeschichte. Ähm, was noch daran genial ist, die Welt ist riesig, ich meine wirklich riesig und so viele Millionen Planeten und du hast sie nicht gesehen mit, kannst du mit deinem Raumschiff überall rumfliegen und alles, das ist einfach genial. Ja, du bist total frei und, äh, so abwechslungsreich, weil es verschiedene Oberflächen, also es gibt verschiedene Sachen wie Wüstenplanet, der aus einer Stadt besteht, Slums, es gibt, äh, Lavaplanet, es gibt alles, Waldplanet und alles und, äh, es ist sehr detailreich und natürlich kommt das von Bioware und da ist es natürlich gut. Mhm. Ja, das ist mein Platz 8 gewesen und ich hab's durch, also nicht ganz durchgezockt leider, aber aus meinen, äh, versagen, weil ich ja nicht weiterkam am Ende, weil mich zu viele Gegner überrascht haben und ich ja einfach nicht weiterkam, weil ich einfach mich so schlecht geskillt habe, aber irgendwie, also ich war fast durch, sag ich mal und ich weiß ungefähr, wie so das Ende ist und, äh, deswegen ist das so in Ordnung. Okay. Ähm, ja, dann machen wir mal weiter mit dem Platz 7 und auf Platz 7 landet bei mir ein Spiel, es ist ein, eigentlich ein recht gutes Spiel. Ähm, es ist ein Spiel, das natürlich frei erhältlich ist. Bei Marco kann's gleich vielleicht mal Klick machen irgendwann, deshalb mach ich das so extra langsam. Ja, bisher sagt man das noch nichts. Ja, es ist ein Spiel, was erst vor kurzer Zeit eine neue Version bekommen hat, die Version 0.6.0 und, ja, davon haben wir auch Server. Oh, langsam klickt's, macht's bei mir Klick, langsam, ich ahne es, fängt es mit T an? Es fängt mit T an und hier... Gut, dann weiß ich schon, welches Spiel das ist. Und hört mit E-Worlds auf. Ja, du hast es schon gesagt, ich hatte das schon irgendwie raten, spätestens bei 1.6 und dann dachte ich schon, ja, 0.6, dann komm ich schon, ja, kenne ich doch was und dann, du sagst, E-Play, ah, das ist es. Ja, genau. Ja, war ja klar, dass er es freinimmt. War ja klar. Das musstest du eigentlich ein Spiel sein, was du magst. Es ist ein Spiel, was ich mag, was ich aber lange nicht mehr gespielt habe, selbst aktuell auch nicht so richtig mehr spiele. Auch wenn ich in der Liga bei der ESL registriert bin, es muss mich nur jemand fordern. Das ist so das Problem meistens. Okay. Aber ich bin wahrscheinlich grottenschlecht. Das ist jetzt genauso wie das Beispiel. Wir können uns nochmal so dran erinnern. Und war das letztes Jahr, glaube ich, da hatten wir ja noch unsere altbewältige Liga gehabt, wo ich, glaube ich, mal gegen dich gespielt habe. Ja. Und gewonnen hatte. Ja. Worauf hattest du es geschoben? Dass du verloren hast? Ja, dass ich das lange nicht mehr gespielt habe. Und zwar sehr lange. Und ich habe seitdem auch nicht mehr gezockt. Gut. In diesem Sinne sollten wir, glaube ich, nochmal ein Match machen. Nö, 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 nö. Nicht gegen dich, sondern eher gegen Leute, die dir zum ersten Mal zocken. Dann kann ich wenigstens ein bisschen wieder reinkommen. Hallo, ich habe auch lange nicht... Wenn ich anfangs schon verliere, dann habe ich keine Motivation zum Weiterzocken. Das heißt, ich muss erst den Sieger einfallen, um zu sagen, ach, guck mal, ich kann es doch noch. Ich habe ja selbst lange nicht mehr gespielt. Aber nicht so lange wie ich. Das weiß ich nicht. Doch, doch. Doch, doch. Doch, 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 doch. Gut. Dann nehmen wir das mal so hin. Dann spielen wir ja kostenlos, jeweils, ne? Ist ja kostenlos. Genau, ist kostenlos. Gibt es bei uns auch auf der Seite zum Ort herunterladen, also. Das war dein Platz 7. Ist mein Platz 7. Jetzt kommt dein Platz Nummer 7. Der Platz 7 ist zufälligerweise auch kostenlos. Nein. Und ist auch... Doch, es ist zufällig kostenlos und ich zocke es sogar gerade. Ich habe es sogar mal durchgezockt, aber ich zocke es nochmal durch, weil, ja, das kennt auch wahrscheinlich keiner, weil es ist ein kostenloses Spiel, was aber ziemlich unbekannt ist, was meistens irgendwie unterdrückt wird durch andere Shooter, weil jetzt habe ich schon rausgesagt, Shooter, aber es ist kein wirklicher Shooter. Es ist ein, wie soll ich das sagen, ein, wie nennt man das nochmal, Vertical Weltraum-Shooter. Und es nennt sich Stars World. Das habe ich aber auch in der letzten Sendung genannt. Mit dem Top-Thema Free Games. Ja, Thema Free Games. Da habe ich dieses wählt und ich zocke es ja gerade durch und durch, ich bin sogar noch weit gekommen, also ich habe es gestern gesuchtet, heute gesuchtet, sage ich mal, ich sage jetzt so, ich zocke es wirklich richtig viel. Es macht einfach Spaß. Ich meine, es ist erstmal 3D, die Grafik ist super für ein kostenloses Spiel, muss ich sagen. Und es ist so, dass du, ich sage mal, wenn du eine Welt durchgezockt hast, dann kommt am Ende so eine Art, du kannst upgraden, du kannst Spots dazu packen und alles mögliche so eine Art Itemshop. Oder auch neue Raumschiffe, kaufen kannst, dann gibt es auch sozusagen Items, die du sammeln kannst und die später zu einer großen Kanone zusammengebaut werden können. So eine Special-Kanone, die riesig groß ist und unglaublich viel Kraft hat. Die Effekte sind geil, die Gegner sind geil, die Explosionen sind geil. Also es ist wirklich ein Spiel, was süchtig macht und es ist nicht schwer. Es ist wieder so eine Sache, die mir toll gefällt, weil wenn es nicht so schwer ist und du eine Art Motivation dahinter gibst, dann zocke ich es natürlich weiter. Und ja, das ist das Tolle daran. Und es ist kostenlos, das muss mal gesagt werden. Das heißt, jeder kann es runterladen. Nennt sich Stars World, ist von welcher Marke, ist das nochmal, von welcher Firma, GameTop. Die hat viele kostenlose Spiele sogar gemacht und die sind alle genial. Immer reinschauen, googeln. Genau, immer mal googeln, alles das, was wir erwähnen. Ihr kennt das sicherlich, bestimmt. Das erinnert mich so gerade, weil du gerade gesagt hast, so an Suchen, das erinnert mich so irgendwie manchmal so an Textpassagen aus dem TeamSpeak-Server von der CSL. Da suchen auch tatsächlich ein paar Leute rum, aber das mehr in Gothic. Meinst du, ist das Kostik das Spiel? Ja. Das, äh, 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 Weiß ich nicht. Also, dann treffe ich mal oder gehöre so von Gleichgesinnten und dann hast du nicht den Link. Genau. Ja, das ist unser, ist der Admin-Team-Speak-Server von der CSL. Und ich gehöre ja so, ich sag's mal jetzt so, das ist, ich glaube, das wissen einige schon, die mich privat kennen, glaube ich, oder auch nicht, dass ich, ähm, aktuell noch ein bisschen Liga-Betreuung in der CSL mache für ein Spiel, ja, was für ein Spiel das ist, das kommt noch. Kommt hier auch noch drin vor. In der Top 10. Okay. Mehr dazu könnt ihr mich natürlich gerne mal fragen. So. Kommen wir zu Platz 6, ne? Mhm. Und auf Platz 6 ist ein Spiel, was natürlich wie auf der Konsole ist. Irgendwie ist hier jetzt gerade so von 10 bis 6 ein Zünderwechsel zwischen Konsole und PC. Und auf der Konsole ein geiles Spiel. Es hat wirklich Spaß gemacht, das durchzuspielen. Ich hab dafür knapp ein ganzes Jahr lang gebraucht. Grund dafür ist der, dass ich so ungefähr vier Monate das Spiel oder fünf, ja, fünf Monate lang das Spiel liegen gelassen habe, weil ich keinen Bock mehr gehabt habe. Was war das das Spiel? Ich kam da nämlich nie weiter. Die Rede ist natürlich von dem Spiel, was es natürlich eine Fortsetzung gegeben hat, nämlich Super Mario Galaxy. Ach. Was für ein Zufall. Das hätte ich ja gar nicht gedacht, dass das Spiel doch kommt. Ja, ne? Wir müssen uns übrigens beeilen, weil gleich muss ich gehen. Ja, wir haben noch ein bisschen Zeit. 20 Minuten, das wird schnell. Wir müssen, also, bist du fertig mit Galaxy oder willst du was sagen? Ja, ich bin fertig mit Galaxy, genau. Gut. Du bist mit der Galaxie fertig. Wow. Die Galaxie ist fertig. Ja, guck mal, das Ende der Galaxie kommt. Boom. Oh. Nee, aber jetzt mach ich mal weiter und zwar meine Top, was war das jetzt, 6? Platz 6. Ein Spiel, was ich, ja, sag ich mal, was war das eigentlich, letztes Jahr? Vorletztes Jahr? Ich glaube, vorletztes Jahr gekauft habe. Ähm, gesehen zum ersten Mal auf der Gamescom und durchaus interessant gefunden. Und es ist ein Spiel, was von den Machern von Gothic kommt. Jetzt müsste es auch langsam Klick bei Benni machen nochmal. Fängt mit R an. Mh. Mh. Es war umf. Auha. Oh. Natürlich ist die Rede von Risen. Klar. Ja, Risan. Das Spiel, was ich bis heute nicht gut durchgezockt habe, aber wo ich auch das Ende, das Ende weiß ich schon, deswegen werde ich es auch nicht weiterzocken. Zumal die Tatsache ist, dass ich weiß, dass bei Risen 2, also Nachfolge davon, was ganz anderes kommt. Deswegen habe ich jetzt überhaupt keine Motivation mehr, weil ich möchte eigentlich gerne ein Spiel haben, wo es mal eine Fortsetzung gibt. Also ein Spiel, wo die Fortsetzung auch einem Vorgänger anknüpft von der Story und von den Charakteren her. Und deswegen finde ich es eher schade, dass es irgendwie so jetzt weg ist. Aber Risen selber ist toll, weil es ist genau wie Gothic, deswegen mag ich es auch. Punkt. Mehr gibt es da nicht zu sagen. Es ist einfach wie Gothic und Punkt. Sagt schon alles. Ja, genau. Sollte, glaube ich, alles sagen. Ja. Natürlich kommen wir jetzt zu unserem Platz Nummer 5 und auf Platz Nummer 5 ist ein Spiel. Es ist wieder auf dem PC. Ja. Es ist frei erhältlich. Ja. Es gibt davon haufenweise Server online. Ja. Das ist... Das sagt Marco jetzt natürlich gar nichts. Mein Gehirn rattert gerade. Ich überlege, was hat denn so viele Server? Ein größer Teil an Servern sind jetzt Freezone-Server, als jetzt alles neu kommt. Und... Davon ist... Ich komme gerade nicht drauf. Und davon kommt... Ich lieg's auf der Zunge, aber ich verste... Und davon kommt von Ubisoft. Ah... Ah... Nee, mir fällt der Name gerade nicht ein. Ich muss es... Ich weiß es. Ich weiß es, aber mein Gehirn sagt nein. Es blockt ab. Kommt von Ubisoft ein neuer Teil heraus. der dann Trackmania 2 Canyon sein wird. Ja, ich hatte es im Kopf schon ganz, ich kam nicht drauf. Deshalb ist auch bei mir auf Platz 5 Trackmania Nations Forever natürlich gelandet. Ja. Was für eine Umschreibung für ein Spiel, ne? Und es rattert bei Marco und rattert Ding. Ja. Marco. Marco. Jetzt ist der Marco weg. Ja, ich bin da. Ähm... So. Platz 5. Platz 5. Ja, ist ein Spiel. Interessant. Ja, es ist nicht kostenlos. Oh. Es ist nicht ein Rollenspiel. Oh. Es ist kein Spiel, was in diesen Jahrtausend rauskam. Oha, was dann im Jahrhundert? Es sind aber drei, es hat aber drei Teile, es sind drei Teile rausgekommen, wovon ich alle drei habe, wie okay, ich hab mich alle, ich hab drei Teile von, also alle drei Teile nur auf verschiedenen Plattformen, muss ich mal sagen. Die zweiten hab ich auf DS und die anderen beiden auf PC. Mhm. Es ist ein Spiel, was jeder kennt. Es ist ein Spiel, auch was von Microsoft kommt. Es ist ein Strategiespiel und warte mal kurz. Es ist ein Strategiespiel, okay, was kann denn das denn sein? Strategiespiel mit drei Teilen, wisst ihr es? Ihr könnt ja mitraten, was das sein kann. Ich bin jetzt gerade wieder da, weil ich hätte gerade Unterbrechungen gehabt, ich muss fünf Minuten fertig sein. Fünf Minuten nach der Zeit. Ja, das kriegen wir glaube ich noch hin. Gut, es ist Age of Empires, wollte ich sagen. Ah, stimmt. Finde ich geil, es hat mir ganz viel Spaß gemacht, zog ich dir auch noch gerne und ja, an die Stelle Platz hier weiter, komm, schnell, schnell, schnell. Platz Nummer vier, das ist ein geiles Spiel. Es gab es früher auf dem, boah, wirklich alte Konsol, das ist wirklich altes Spiel, 1900 noch was, ähm, ist auf sie